Vorsicht! Weniger Nettorente ab März 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Millionen Rentner erhalten ab März 2023 weniger Rente ausgezahlt. Die Nettorente wird gekürzt. Nicht die Proto-Rente wird gekürzt, sondern die ausgezahlte Rente nach Abzug der Krankenversicherungsbeiträge des Zusatzbeitrags, um den geht es hier, und der Pflegeversicherungsbeiträge. Zum Jahreswechsel haben viele gesetzliche Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge angehoben. Der bundesweite durchschnittliche Zusatzbeitrag beträgt im Jahr 2023 1,6%. Er ist im Schnitt um 0,3% gestiegen. Auf die Krankenversicherungsbeiträge der Pflichtversicherten Rentner haben die neuen Zusatzbeiträge im Januar und im Februar 2023 noch keine Auswirkungen auf die Nettorente gehabt. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben werden Veränderungen des Zusatzbeitrags erst im März 2023 für Millionen Rentnerinnen und Rentner wirksam. Der Kasseneinheitliche Zusatzbeitrag beträgt 2023, wie schon gesagt, 1,6%, wobei die BKK exklusiv mit einer Erhöhung des Zusatzbeitrags um 0,7% auf sage und schreibe 1,99% der Spitzenreiter der Beitragserhöhungen für den Zusatzbeitrag im Jahr 2023 ist. Hingegen freudige Überraschung, die Techniker Krankenkasse unverändert einen Zusatzbeitrag von 1,2% im Jahr 2023 anbietet. Über die Änderung des Krankenversicherungszusatzbeitrages und ihren neuen Rentenzahlbetrag werden Sie, liebe Rentnerinnen und Rentner, durch einen entsprechenden Hinweis auf dem Kontoauszug informiert, der die Überweisung der Märzrente beinhaltet. Also Sie werden dann sehen, entweder am Ende des März 2023 für diejenigen, die die nachschüssige Rente bekommen, steht dann der Kürzungsbetrag drauf und der entsprechende Hinweis oder vorschüssig dann sogar schon Ende Februar 2023. Es geht beim Abzug sicher nicht um riesige Kürzungsbeträge, dennoch brauchen Rentner wie andere Menschen in Deutschland aufgrund der aktuellen Preissituation jeden Cent zum Leben. Ein kleiner Trost vielleicht doch noch für Sie. Ihre gesetzliche Krankenversicherung trägt die Hälfte der Erhöhung des Zusatzbeitrages Ihrer gesetzlichen Krankenkasse. Gesetzlich versicherte Rentner in der Pflichtversicherung der KVDR müssen diese Erhöhung somit nicht allein tragen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.